Hallo, schönen guten Tag, liebe Monagoristen. Guten Tag. Linus ist mal wieder zu Gast, unser Nachhaltigkeitsexperte, der, wie wir ja alle wissen, in unserem Auftrag sich jeden einzelnen Hersteller immer genau unter die Lupe nimmt. Und Linus, um wen geht es heute? Early Fish. Okay, was machen die? Hinter Early Fish steckt Jutta Jung, das ist eine Designerin aus Karlsruhe, die Kindermode herstellt. Und zwar Sommermode, T-Shirts und so weiter, Hosen und Bade, eine Badekollektion. Gibt es da irgendwie so eine Geschichte hinter diesem Unternehmen? Also Jutta Jung sagt, dass eigentlich nachhaltige Textilproduktion Standard werden soll und für sie, da sie ja Designerin ist, gab es gar keine andere Wahl. Also sie ist da überzeugt und hat sich dafür entschieden, mit Kindermode anzufangen, will aber auch bald Erwachsenen-Mode machen. Okay. Macht das Unternehmen denn auch speziell was für die Mitarbeiter? Ja, sie produziert in einer ausgesuchten Manufaktur in der Türkei. Da lässt sie die, wie soll ich sagen, die Baumwollmode, die Bio-Baumwollmode herstellen. Und hat einen Familienbetrieb in Polen gefunden, der diese Bademode herstellt. Und das hat sie nach sozialen Standards ausgesucht und auch nach ökologischen Standards. Also hat sie gesagt, in der Türkei in der Manufaktur war auch ganz wichtig, ob das eine Kläranlage angeschlossen ist, dass halt die Abfallentsorgung auch stimmt. Ja. Und von daher, da sind wir auch schon beim Umweltfaktor. Genau, richtig, ja. Also sie verwendet nur GOTS-zertifizierte Baumwolle für die Sommerkleidung und recycelte Materialien. Bei der Bademode ist es ganz interessant, das ist auch recyceltes Material, das ist Polyamid. Das wird aus Teppichresten und Plastikflaschen und interessanterweise auch aus Fischernetzen hergestellt. Die Healthy Seas, das ist eine NGO, aus den Meeren holt und die dann quasi verarbeitet werden. Verlorengegangene Fischernetze. Diese Bademode hat auch einen UV-Schutz von, ich glaube, plus 50. Okay. Ja, da ist sie auf einem ganz guten Weg. Gibt es noch was, was sozusagen das Unternehmen für das Unternehmen macht? Ja, sie ist auch Mitglied in dem Verein Myanmar e.V. und spendet da auch regelmäßig Teile von ihrem Unternehmen gewinnen und fördert damit Patenkinder in Burma, die damit bezahlt werden. Ja, super. Gut. Vielen Dank. Bitte. Ja, das war es zur Nachhaltigkeit von Earlyfish. Vielen Dank, Linus und bis bald. Bis bald. Tschüss.